Oh, sieh mal den Stern auf dem städtischen Weihnachtsbaum. Dem folgen wir nach Hause wie die drei Weisen aus dem Morgenland. Was bringst du ihm mit? Gold. Gold? Aber ich dachte, wir hätten uns ne 5-Dollar-Grenze gesetzt. Ja, ich hab auch nur ne kleine Flasche mit Möhre für ihn. Ja, und hier mein Weihrauch...